Ich möchte erst mal ausgehen von unserer Grundsatzposition. Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war kein spontaner Progrom, sondern eine über längere Zeit vorbereitete, planvolle Militäraktion der Hamas gegen Israel durch Angriffe vom Meer, vom Boden und aus der Luft. Ihr Ziel war nicht die Verteidigung der Menschenrechte der Palästinenserinnen, sondern ein Schritt hin zur Auslöschung des Staates Israel und der Vertreibung aller Juden und Jüdinnen, wenn nicht ihrer Vernichtung. Das ist die militärische Übersetzung der politischen Parole Free Palestine from the river to the sea. Und da gibt es keine unterschiedlichen Interpretationen. Diese Parole ist eindeutig, dass sie Vernichtung meint, denn der Staat Israel als jüdischer Staat soll verschwinden. Der Angriff war zweitens einer gegen Babys, Kinder, Frauen, Männer und alte Menschen gerichteten spezifischen barbarischen Grausamkeit des Folterns, Vergewaltigens, Köpfen, Verbrennens, Ermordens und Verschleppens eine Botschaft der eliminatorischen Vernichtungsabsicht. Das muss man ganz klar betonen. Da gibt es keine Relativierung, kein Aber und kein Kontext. Diese Botschaft wurde in Israel sofort verstanden. Judinnen und Jüden haben darin 2000 Jahre Erfahrung. Wir stehen in Verantwortung für die deutsche Geschichte, diese Botschaft und stehen Zuverlässigkeit an Israels Seite. Der Schutz aller Jüdinnen und Juden und der Existenz Israel ist für uns die zentrale Lektion der Shoah aus dem Zivilisationsbruch des industriell geplanten und durchgeführten Massenmords. Deutschland an Juden und Jüden. Es ist eine Lehre für die gesamte Gesellschaft angesichts der weltweit anwachsenden antizionistischen, antisemitischen Pogromstimmung, die es zu unserem Entsetzen auch in Teilen der internationalen und der deutschen Linken gibt. Ich möchte ja noch mal betonen, wer hier auf optimistisch macht und was es an Dialogen und pädagogischen Sachen gibt an irgendwelchen Unis. Die Hauptrichtung ist eine ganz andere. Wir haben eine Explosion des Antisemitismus, wir haben eine Explosion der Angriffe, und zwar auch der körperlichen Angriffe, Zentrum Berlin, aber auch im Ruhrgebiet. Und dem muss man sich stellen und nicht hier Zweckoptimismus machen. Und deshalb geht es auch nicht um den Schutz jüdischer Einrichtungen alleine. Es geht um den Schutz jüdischen Lebens, wo auch immer. Und das bedeutet, Schutz kann nicht gewährleistet werden, allein durch Polizei vor jüdischen Einrichtungen, sondern die Zivilgesellschaft Deutschlands muss aktiv werden. Darauf müssen wir hinarbeiten. Wenn nicht alle aktiv werden, wird es den Schutz der Juden und Jüdinnen nicht geben. Wir lehnen jedweden Antisemitismus ab. Ich habe es ja schon gesagt. Egal ob von Nazis, rechtsradikalen, religiösen Fundamentalisten oder aus der bürgerlichen Mitte. Das sollten wir nicht vergessen. Es geht hier nicht um einen Muslim-Bashing, sondern es geht um den Antisemitismus von wem auch immer, in jeder Form auch immer. Wir maßen uns nicht an, Israel Vorschläge oder K-Vorschriften für seinen weiteren Weg zu machen. Wir halten die Zwei-Staaten-Lösung für die Nach-Hamas-Ära immer noch für die brauchbarste Lösung. Aber das bleibt die Entscheidung Israels. Neben dem militärischen und politischen Sieg über die Hamas gibt es auch in der israelischen Gesellschaft seit Jahren Verwerfungen, die zu klären sind und die mit darüber entscheiden, ob Israel eine sichere und demokratische Zukunft vor sich hat. Zu diesen Verwerfungen sind neue Konflikte hinzugekommen, nachdem sich gezeigt hat, und das muss man auch klar und deutlich sagen, dass die rechtsextreme Regierung Netanjahu nicht nur eine aggressive, religiös aufgeladene Siedlungspolitik in der Westbank vorantragt und auch deshalb nicht in der Lage war, die Grenze Israels zu Gaza zu schützen und den Massenmord an israelischen Zivilisten zu verhindern. Es ist zu befürchten, dass durch diese Regierung, dass diese Schmach durch überbordene Angriffe auf Gaza ausgeglichen werden könnte, die über die notwendige Niederwerfung der Hamas und ihrer Infrastruktur hinausgeht. Unsere Empathie gilt selbstverständlich auch allen zivilen palästinensischen Opfern dieses Krieges, den die Hamas zu verantworten hat. Praktischer Ausdruck unserer Solidarität mit dem einzigen jüdischen Staat der Welt sind sofortige finanzielle Hilfen für unsere Paterstadt Tel Aviv oder auch weitergehende Maßnahmen. Dort sind Menschen vom Raketenbeschuss aus Gaza betroffen und dort sind Überlebende des Hamas-Massackers in Südisrael geflohen. Kaum jemand redet noch von den täglichen Raketenangriffen auf Israel. Auch das ist Teil der Gewalt. Auch hier in Deutschland, in den Medien wird zu wenig über diese Seite gesprochen. Wer auf die Bedrohung Israels und von Jüden und Juden in Deutschland mit Rassismus, mit Rassismus gegen Palästinenserinnen als Kollektiv, Geflüchtete, Migrantinnen, Schwarze Menschen oder People of Color reagiert, hat nichts verstanden und macht die Lage für alle Menschen, auch die Jüdinnen und Juden, nur noch bedrohlicher. Das ist ein wichtiger Punkt hier in Deutschland, auch im Zusammenhang mit der Zivilgesellschaft, wie wir uns verhalten. Die Instrumentalisierung des Antisemitismus zu rassistischen Zwecken widert uns an. Antisemitismus lässt sich nicht abschieben, dafür ist er zu deutsch. Das heißt, wir lehnen die Verschärfung der Abschiebungspolitik durch alle Regierungsparteien ab. Wir wollen, Frankfurt bereitet sich darauf vor, Angebote zur verbesserten Zusammenarbeit auf ziviler Ebene zu machen. Auf ziviler Ebene zu machen. Frankfurt sollte zu einer Stadt werden, in der Räume geschaffen werden, wo Israelis und Palästinenserinnen, die an einem friedlichen Zusammenleben interessiert sind. Friedliches Zusammenleben interessiert sind. Sich angstfrei auseinandersetzen und austauschen können. Mit Vereinen, Organisationen oder Personen, die das Massaker vom 7.10. bejubeln, rechtfertigen oder relativieren, gibt es keine Zusammenarbeit. Das ist unsere Grundsatzposition. Ich möchte noch zur Debatte sagen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass wir das Problem, gerade nach der deutschen Geschichte, nur in den Griff kriegen, wenn es uns gelingt, die Zivilgesellschaft zu mobilisieren und nicht die Polizei immer mehr irgendwo hinstellen. Das muss sein, als Übergang. Aber das kann nicht die Perspektive sein. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir verloren. Es geht dabei nicht nur um das Problem der Juden und Jüden. Es geht um das Problem um Rassismus. Es geht um das Problem um Fremdenhass. Und es geht dann noch mal sehr potenziert um ein besonderes Problem des Antisemitismus. Nur die Zivilgesellschaft kann das lösen. Das heißt, wir müssen den Dialog fördern. Wir müssen die Auseinandersetzung fordern. Und wir müssen eine klare Ausgrenzung derjenigen betreiben, die Hassbotschaften versenden und die Menschen und Staaten vernichten wollen. Wenn das nicht geschieht, diese Zwei-Seiten-Logik, wenn wir das nicht erreichen, dann werden wir scheitern. Dazu gehört auch eine ehrliche Rhetorik. Man kann hier immer wieder betonen, wir alle und wir in Frankfurt. Aber so ist es nicht. Es sind nicht alle in Frankfurt gegen Antisemitismus. Es gibt eine brutale Fraktion, die Antisemitismus vorantreibt. Und das sind nicht nur diese palästinensischen Organisationen, die jetzt auf der Straße waren, die immer zitiert werden. Das sind eben auch Faschisten. Das sind auch andere desorientierte Querdenker und so weiter. Wir müssen uns um die auch kümmern. Es hat keinen Sinn, hier abstrakte Floskeln zu sagen, wir alle müssen zusammenhalten. Nein! Diejenigen, die die Demokratie wollen, die den Schutz der Menschenrechte wollen, die die Menschenwürde schützen wollen, die müssen zusammenhalten gegen die, die den Hass in dieser Gesellschaft weiterverbreiten wollen und zur Hegemonie des Ganzen machen wollen. Das müssen wir schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir verloren. Danke.